Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 167 und dem Thema, das Lebensinvestor-Prinzip. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstatter-Podcasts, das Lebensinvestor-Prinzip. Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Durchstatter-Podcast, dem Podcast, der dich direkt zu einem außergewöhnlichen Leben begleitet. Heute geht's um das Thema Lebensinvestor-Prinzip und du denkst vielleicht, was soll das denn sein? Naja, sage ich dazu, es gibt einige von euch, die mich schon ein bisschen besser kennen und die, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich schon sehr, sehr früh in meinem Leben angefangen habe, in Aktien und dann in der Folge auch in Immobilien zu investieren. Also mit 14,5 Jahren habe ich meine ersten Fonds damals gekauft, das waren noch nicht die allerbesten Investments. Heute erkläre ich den Menschen, warum sie auf gar keinen Fall einen Fonds kaufen sollen, sondern besser in ETFs zum Beispiel investieren sollten. Das ist aber ein anderes Kapitel. Das Lebensinvestor-Prinzip. Das, was man beim richtigen, beim gescheiten, beim cleveren Investieren beachtet, das lässt sich auf das gesamte Leben übertragen. Warum? Ganz einfach. Wenn ich ein Investment angehe und dabei ist es ziemlich egal, ob ich in ein Unternehmen investiere, ob ich in die Börse investiere, ob ich in Metalle oder sonst was investiere, ob ich in eine Immobilie investiere. Ich stelle mir vor die Frage, wenn ich jetzt Geld in etwas investiere, bekomme ich dann hinterher mehr raus, als ich reingegeben habe? Oder gibt es dort ein potenzielles Risiko? Und das Risiko würde für mich bedeuten, ich gebe einen Betrag rein und am Ende der Reise dieses Investments ist weniger vorhanden als zuvor. Und genau diese Überlegung kannst du eins zu eins auf dein Leben übertragen. Die Börse des Lebens mit deinem Lebenszeit-Kontingent eröffnet jeden Morgen wieder, so du zumindest gesegnet bist und die Augen morgens wieder aufgehen. Jeden Tag gibt es also ein Kontingent an Minuten und Sekunden gutgeschrieben, über das du frei verfügen, also zumindest mal grundsätzlich vom Prinzip her frei verfügen könntest, wenn du im Leben richtig ausgerichtet wärst. Und die Frage, die sich jeden Tag stellt, ist, macht der Markt morgen überhaupt wieder auf, ja oder nein? Denn das ist eine Frage, die wir am Lebensinvestor-Prinzip nicht wirklich beantworten können. Wir wissen nicht genau, ob der Markt morgen für dich noch einmal aufmacht oder nicht. Das bedeutet schon mal, aus dem Investment entsteht eine gewisse Dringlichkeit. Eine was? Eine gewisse Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit, die du aufbauen darfst, die führt dann zu folgender Frage. Wenn ich also morgens aufwache und ich habe dieses Tageszeit-Kontingent als prinzipielles Investment zur Verfügung, dann darf ich mir die Frage stellen, ob denn das, was ich gerade tue mit meiner Lebenszeit ein cleveres Investment ist oder ein Investment, was mir meine Zeit einfach nur raubt und meine Lebenszeit damit verbrennt. Weißt du, wie ich das meine? Ich mache dir ein Beispiel. Also es gibt diejenigen, die setzen sich vor den Fernseher und konsumieren so eine schmierige Serie, tauchen ein in das Leben anderer Menschen, die irgend so eine Fake-Geschichte dort spielen und erleben dabei irgendwelche Emotionen. Am Ende ist die Geschichte von den anderen weg. Deine Lebenszeit ist verbrannt und du fühlst dich im schlimmsten Fall noch beschissener als jemals zuvor. Das würde ich sagen, ist ein nicht so dienliches, nicht cleveres Lebenszeit-Investment. Jetzt könntest du dir die Frage stellen, naja, was ist denn dann ein cleveres Lebenszeit-Investment? Dazu erkläre ich dir folgendes. Dazu musst du ein cleverer Investor sein. Und wenn du jetzt zuhörst, da gehe ich mal davon aus, du bist schon ein ziemlich cleverer Lebenszeit-Investor. Denn du hörst dir hier einen Podcast an, mit dem du die Chance hast, deine Lebenszeit noch besser zu nutzen. Wahr oder wahr? So und wenn wir das jetzt übertragen auf das Investieren, dann könntest du zum Beispiel anstatt Fernsehen zu gucken oder dich in sozialen Medien stundenlang zu verlieren, anfangen dich hinsetzen und, so wie ich das gerade nebenbei mache, ein Buch zu schreiben. Stell dir vor, du investierst deine Lebenszeit und fängst an, ein Buch zu schreiben. Dann würde das Buch sozusagen deine Message sein, das Buch könnte dein Beitrag im Leben sein, sodass du etwas von deinem Wissen, von deinen Erlebnissen, von deinen Ideen der Nachwelt hinterlässt. Damit könntest du wieder das Leben anderer Menschen verbessern und das wäre dann ja im weitesten Sinne ein schöner Beitrag für das Leben anderer Menschen. Wahr oder wahr? Würde sich das wahrscheinlich gut anfühlen? Wahrscheinlich ja. Von ganz nebenbei, wenn du das Buch rausbringst, hat dieses Buch ja bestimmte Nebeneffekte. Ein Effekt könnte sein, dieses Buch macht dich zu einer Marke, es unterstützt deine Markenbildung, es unterstützt den Prozess, wer du bist und wie du wahrgenommen wirst. Das Buch ist ganz nebenbei eine hervorragende Visitenkarte, die andere Menschen, wenn sie dich sehen, wenn sie wissen, du hast dieses Buch rausgebracht, dann stellen sie dich schon auf einen kleinen, manchmal sogar großen Sockel, denn du bist auf einmal Experte in einem bestimmten Gebiet. Und dieser Status, dieser Expertenstatus, der wird dein Einkommen auf ein ganz anderes Level heben. Du hast also bei all dem, was du in Zukunft machst, eine ganz andere Verhandlungsbasis, weil du im Außen, nämlich von anderen Menschen ganz anders, nämlich als Experte wahrgenommen wirst. Und dann kommt noch so ein weiterer Effekt, so ein Buch produziert man eben einmal und kann es dann ein Leben lang, ja, du hast richtig gehört, ein Leben lang, nämlich mit deiner restlichen Lebenszeit bewerben, vermarkten und verkaufen und das produziert sozusagen immer wieder einen Geldfluss in dein Leben. Und wenn du jetzt ein bisschen drüber nachdenkst, bedeutet das folgendes, du setzt gebündelt Energie, nämlich Lebenszeit ein, du investierst Lebenszeit in ein Produkt, so nennen wir das Buch mal, dieses Produkt bleibt dann hinterher erhalten und du kannst es ein Leben lang vermarkten und Menschen können es ein Leben lang kaufen. Wenn man das jetzt richtig macht, dann wirst du mit dem Buch anfangen, Geld zu verdienen. Das Geldverdienen wird dich dann darin bestärken, dass du das gut kannst. Du musst natürlich lernen, wie man es geschickt vermarktet, Marketing führt zu Caching und Caching ist der Euro in der Tasche und du wirst den Spaß daran finden und machst vielleicht aus dem Buch noch ein Hörbuch. Jetzt hast du schon ein zweites Produkt, hast wieder deine Lebenszeit clever investiert und hast zwei Produkte draußen im Markt. Aus beiden Produkten machst du vielleicht noch einen Online-Videokurs zum Beispiel oder du gibst das Ganze als richtigen Videokurs, Hardcover, als Produkt raus. Jetzt hast du ein drittes Produkt, vielleicht kommt am Ende sogar irgendwann mal so ein Bootcamp oder so raus, in dem du anderen Menschen ganz intensiv darüber berichtest, wie sie ein Problem lösen oder wie sie mit dieser Message, die in dem Buch drin steht, irgendwie ihr Leben verbessern können. In der Folge bedeutet das folgendes, die meisten Menschen stehen auf und investieren ihre Lebenszeit für die Vision einer anderen Person. Die Vision einer anderen Person meint deinen Arbeitgeber. Du verkaufst deine Lebenszeit, um Geld zu erhalten, damit du überleben kannst. Das Problem ist, du bekommst nur so viel Zeit, wie du eine Lebenszeit einsetzt. Damit ist das, was rauskommt, rauskommt, gedeckelt. Du beschneidest dich sozusagen selbst, denn du hast ja nicht unbegrenzt Lebenszeit zur Verfügung. Wenn du jetzt aber Lebenszeit einsetzt, um etwas Eigenes zu kreieren, ein Buch, ein Audiobook, eine Immobilie zu bauen und sie hinterher zu vermieten, dann kommt hinterher ein Einkommen heraus, das über das investierte Zeitkontingent erhalten bleibt und weit hinaus strahlt und sogar dafür sorgen kann, dass wenn du es auf die richtige Art und Weise machst und zwar so, wie wir das in unserer Finance Masterclass als einen Bestandteil unserer Academy machen, dort erkläre ich den Menschen von MPEs, multiplen passiven Einkommensquellen und zwar erkläre ich, wie man sie schafft, wie man sie strukturiert und wie man sie so miteinander in Bezug setzt, dass aus vielen kleinen Quellen hinterher so ein richtiger Amazonas-Fluss an Einkommen wird und sie letztendlich nachher frei sind, frei von dem Gedanken, ich muss heute meine Lebenszeit verkaufen, um ein Einkommen zu generieren, um damit überleben zu können. Und ich glaube, jetzt wird dir langsam klar, worum es dabei geht. Also clever, deine Lebenszeit zu investieren und dieses clever sein, das durchzieht sich in allen Bereichen des Lebens. Es gibt Menschen, die verstehen dieses Prinzip des Wachstums, des clever investieren. Das sind Menschen, die bilden sich immer wieder fort, die hören nicht auf zu lernen, weil sie sich immer noch die Frage stellen, was kann ich denn an mir verbessern, dass ich noch cleverer lerne, mit der Lebenszeit umzugehen und cleverer Lebensinvestor werde nach dem Lebensinvestor-Prinzip. Und dann gibt es die, die sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, niemals davon gehört haben und ein Leben lang einen Blindflug machen, ähnlich wie so eine Fliege, die vor einem Fenster ist und gegen diese Scheibe fliegt. Diese ganze Zeit, diese... Und was macht so eine Fliege? Die fliegt so lange gegen das Fenster, bis sie irgendwann tot auf der Fensterbank vor dem Fenster liegt, richtig? Und das ist das Leben der meisten Menschen. Täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder und sie liegen dann irgendwann tot vor diesem Fenster. Stellen sich irgendwann die Frage, wenn sie merken, es geht zu Ende, ja hätte ich mal, hätte ich es mal anders gemacht, hätte ich mal dies und jenes ausprobiert, doch dann ist es eben zu spät. Dann ist es was? Zu spät. Und dann wird ihnen klar, dass sie ihre Lebenszeit alles andere als wirklich clever investiert haben. Und meine Einladung an dich ist, lerne, deine Lebenszeit extrem clever zu investieren. Wenn du dazu Inspiration suchst, dann hör dir doch mal unsere Level Up Your Life CD an. Die findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast, da geben wir dir einen Link rein, da kannst du dir die runterladen. Vielleicht lässt du dich auch mal von einem Coaching, von so einem Coaching-Prozess inspirieren. Oder du bist jemand, der sagt, nee, ich will durchstarten, wo kann ich das lernen? Dann lade ich dich ein auf das Level Up Your Life Event, auf das nächste. Dort sprechen wir über diese Prinzipien und wie du ganz genau sechs Lebensbereiche anfängst, von heute auf morgen wirklich zu meistern, um selbstbestimmt ein Lebensinvestor nach dem Lebensinvestor-Prinzip zu werden und so richtig durchstartest. Der Durchstarter-Rat heute ist, stell dir morgens die Frage, wie kann ich heute meine Lebenszeit clever in ein außergewöhnliches Leben investieren? Und du kriegst von mir noch eine Kontrollfrage geschenkt, ist das, was ich gerade tue, eine clevere Investition in meine Lebenszeit? Ja oder nein? Wenn nein, dann solltest du etwas verändern. Probier es aus, schreib mir deine Erfahrungen damit einfach unter den letzten Post bei Instagram und es gibt auf jeden Fall von mir eine Antwort. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Mach es einfach, denn du bist größer, als du denkst.